Hallo zusammen, ich bin Samuel. Hallo zusammen, ich bin Tim. Ich mache die Ausbildung zum Gärtner Fachrichtung Garten Landschaftsbau EFZ. Heute zeigen wir euren kleinen Einblick bei unserem Alltag als Gärtner. Kommt doch mal mit! In der Lehre als Gärtner ist Pflanzen sicher ein sehr wichtiger Teil der Ausbildung. Dazu gehören natürlich auch die Maschinenkenntnisse, die man während der Lehrzeit lernt. Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist auch, einen Plan zu lesen und zu verstehen. Dafür braucht man ein gutes Augenmaß. Man muss auch im mathematischen Bereich gut sein. Man ist teamfähig und sicher ist auch die Kreativität bei uns gefragt. Wieso ich Gärtner geworden bin? Ich arbeite sehr gerne in der Natur. Jeden Tag ist ein anderer Tag. Das war jetzt unser Tag. Wir hoffen, wir haben eure Interessen gewickt. Falls ja, verwenden wir doch für eine Schnuppenlehre oder für eine Lehrstelle hier bei der Firma EGLIGARDEN in Stefan. Tschau zusammen! Tschau zusammen! Weiss ein paar Jahre lang! Ziemlich! Einige! Zeitsen! Einige!